jo was geht leute und weiter geht's mit einer runde arg wie ihr seht haben wir viele neue viecher und ein neues haus wir sind nämlich umgezogen unser altes haus hat uns nicht gefallen und da es ganze zeit angegriffen wurde von irgendwelchen mongos alter haben wir gedacht er ziehen und die stelle ist sowieso viel geiler die letzte folge ist schon ein bisschen lang her ich glaube da waren wir noch erst level 20 also da habe ich ja die t-rex fluffy gefangen aber der ist uns leider gestern abgekratzt bruder was bist du denn für eine also fluffy der t-rex der ist mir leider abgekratzt als wir einen alpharaptor jagen wollten aber keine gute idee untersucht auch die map ja ich kann euch mal kurz das haus vorstellen also ja wohnzimmer kamin als cool so tausendmal besser als das alte haus weil das alte haus war so aus wie ein gefängnis da hat uns julia ein gefängnis gebaut aber genug vom haus das haus ist ja nicht ganz heiß tausendmal besser als das alte auf jeden fall so bei der folge hier nehmen wir unsere fücher mit aber nicht alle obwohl ihr kennt ja noch nicht alle oder das hier ist zum beispiel fette stück scheiße nichts gegen die namen die wir hier nennen wir sind gut durch das da ist balu alter ein paar kleine peter da hinten und das ist matilda matilda ist ungefähr wie lange braucht drei stunden insgesamt mit jagen ja und sind ein paar mal gestorben aber jetzt haben wir matilda und matilda nehmen wir diesmal mit und wegen jagen also irgendwie dachte ich die sonne geht dann gehen wir halt im dunkel jagen wird schon okay julia wir nehmen jetzt mit ja also safe matilda ja ja walu ist weiß macht der fette hier schaden der fette ich die scheiße macht keinen schaden hat aber 170 echt ja wie viel leben hat der was macht uns meine gescheitze fackel reparieren 400 ah der stirbt schnell da macht die eugina mehr sinn 1000 leben ja hier sollen wir dann matilda und die eugina mitnehmen und die kleinen pisse die kleinen pisse werden sowieso drauf gehen wahrscheinlich wahrscheinlich ja dann machen wir es so okay dann mache ich mal matilda auf folgen neben die kleinen du die großen okay und die eugina mit bruder eigentlich hätte ich schon bock balu mitzunehmen die eugina ist zu langsam hilf ich werde niedergerampelt alter nimmst du den grad mit oder warum bewegt er sich die haben gerade was getötet achso da stand gerade deine pussy hat jemanden gekillt meine pussis op also matilda wer von denen folgt mir jetzt und welcher nicht also ich habe jetzt die eugina gemacht dass er nicht folgen soll ich nehme jetzt balu einfach mit okay ich will wissen wie der auslassen hallo kommst du bruder komm du schaffst das ja trampel einfach alles runter genau so immer mit deiner schlechten laune er guckt halt echt dauerangepist ja ich weiß das ist so geil okay geh immer ja steuer auf angriff ja die sind alle auf angriff jo kann losgehen auf geht's in den krieg ähm wohin ähm vielleicht mal eine andere ecke die wir noch nicht hatten so die richtung sieht gut aus ähm in der richtung waren diese ganzen schlagen dann äh lass uns mal hier nach norden gehen was hältst du davon ja kommt drauf an ob der fette balu hier durchkommt durch die ganzen Bäume der wald ist alles nieder wo er nicht durchkommt oh ja tatsache denkst du dir sammeln es auch gleich auf glaube ja puh irgendjemand oh Gott oh Gott der arme das war ein schwerer Fehler scheiße ich finde es so geil vor allem Mathilda das sieht da richtig gleich aus und guck mal guck mal den an der schaut sich die Leiche erstmal an und ich habe mich gerade mehr vor Mathilda erschreckt sehr gut sehr gut freue ich mich ich habe mich gerade mehr vor Mathilda erschreckt als vor dem kleinen Pisser der mich angegriffen hat das sieht so geil aus warte wir wollten nach norden gehe ich nicht nach norden so balu trampler ist nieder brauchen wir eh nicht ich höre diese Blätter die mit den Farben voll geil aus die Bäume also diese Update Idee fand ich sehr gut ja auf jeden Fall äh warum kommen die nicht schon der kommt nicht durch muss ich den Bauern abholzen ich würde sagen er holzt ihn ab der scheißer voll komplett drauf komm mal hilfe ich habe zertrampelt also die Sonne geht auf irgend was oh 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 irgendwelche kleinen Viecher greifen mich an aber oh Gott wie im Himmel Digga berückt euch wie sie den jagen gleichzeitig holzt er noch alles ab alter was killen die alles gerade Digga irgendwie sehen sie gerade sehr glücklich aus habe ich das Gefühl oh mein Gott ist der hübsch das heißt der geil und der bewegt sich das heißt gehört niemanden stopp stop 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 sobald du den jetzt angreifst gehen die auf den willst du den 10 willst du ihn töten ähm ja hast recht lass ihn töten naja es ist wir werden die den selber wechseln deswegen meinte ich ja hast recht angreifen jungs ich weiß nicht was Balou macht der rennt nur im kreis wenn er seinen Spaß hat ja da oben war gerade irgendwas so ein lang Halsviech ja das habe ich gesehen das ist so geil wie die mir so folgen sagt die Map wo sind wir eigentlich ah ok gehen wir weiter hoch dann ist das ein Labdor ich habe keine Ahnung oh Gott oh shit oh nein ich wurde vergiftet was ist das egal was es ist es ist tot es ist auf jeden Fall tot ja und da kacken die auch noch drauf oh Bruder bist du fast oh guck mal ah das kann ich nicht die Tampel den gleich nieder behernten wollen die den nicht ne das wollen nur die kleinen weiter geht's alter welchen Weg nimmt Balou scheiß Affe Digger okay dein Heinrich welcher von denen heißt Heinrich alter ach den haben wir Heinrich genannt gell ja der auf meiner Schulter ist Heinrich hier ist so viel dicht bewaldet ja ohne Witz keiner hat gebaut eigentlich ne Tragödie den Server zu wechseln ja ist alter da ist ein Rap äh ein Dings hilf mir Raptor aha ja den das ist kein Alpha Raptor also ja auf jeden Fall geh drauf es kommt Hilfe oh Gott alter der ist tot der war ja mal schnell weg mhm bin irgendwie festgepackt ja weil alle äh in dir sind oder ich kann mich nicht bewegen warte ja ok ich bin wieder frei alter Jule schau dir mal diese Aussicht an guck mal wie geil direkt so am Meer äh Dings am See amt alter ah das kotzt mich echt dann das ist dieses Level Cap nur auf äh da oben ist noch ein Raptor Leute der Grund warum wir wechseln ist einfach dass das Level Cap an dem äh den Server hier auf Level 44 ist und höher können wir nicht deswegen deswegen müssen wir wechseln wo die Scheiße der Raptor ist tot Matilda hat äh ein Dodo mitgenommen die gilt aber auch echt alles die alte die gilt echt alles geh mal hoch da ist ein Raptor ich hab sowieso ja Aggressionen auf alle Raptoren oh ja eine Pfeile sind weg alle wie jetzt alle 100 Pfeile sind weg ich hab nur noch Betäubungspfeile ich bin eingeschlafen kannst du mich achso ja gut wenn du wenn du Narkosepfeile herstellst gehen alle deine Pfeile weg das heißt schon nein ich hatte ja ähm 100 normale achso da weiß ich auch nicht es hat ein Viecher Digga ja ok nicht so viele ich hörst du ist doch Wasser nebenan was du willst achso ja ok was du willst was du willst was du brauchst und sammle Mänder wieder ein warte was zu trinken nimm einfach alle mit komm wir gehen alle Gruppen trinken Amanda komm her ok weiter hoch Gott alter bedürgt euch mal was passiert hier gerade ich hab keine Ahnung ok gut es ist auf jeden Fall tot egal was es da war ich muss mich gar nicht bewegen ich bleib einfach stehen ja ja geil und nachher dann mal ins Inventar gucken was die so gefahren haben ja die sollten eigentlich voll viel haben gell wieso kommt Matilda nicht mehr an? geht kein Bock mehr vielleicht ist sie überladen? oh ja warte mal ja was hat sie denn? ähm scheiße viel Holz ok bei dem ganzen Abholzen von Balou nimmt die glaube ich ganzes Holz mit der jungs schild mal euer Leben alter ja okay okay chillt chillt ich will kurz in den Tag vorn her Also, äh, Alter, wie viel Fleisch? Fleisch, Fleisch, Fleisch Da ist ein Raptor, da ist ein Raptor, da ist ein Raptor Und der kommt auf mich zu Ich glaub, der ist tot Da war ein Raptor Darf ich jetzt mal Inventar von dem hier lernen, Alter So Oh, Pfeile Die nehm ich Ja, Balu sollte wahrscheinlich auch schon hier Wer weiß, wie viel Holz haben Ähm Oh, gar nichts Okay Kann ich mal hier, Balu Jetzt, so So, weiter geht's Also, Olga und Kleiner Pisser haben nix Und, ähm Pussy hat Fleisch und Leder Okay Ich bin zu voll Paul oder voll Voll Irgendjahr ist schon schön Vor allem jetzt, seit es lauborange ist Ja Irgendjahr ist schon geil Das Geile wäre, wenn wir eigentlich noch einen Gut, wenn wir jetzt einen T-Rex finden würden Den würden wir eh kennen Ja Oh, da oben sind voll viele Viecher Geht man da hoch? Ja Da ist schon wieder ein Raptor Mhm, ich seh's Der greift wahrscheinlich gleich die anderen an Da ist noch ein Raptor Na, du dummer Pisser Komm her Wo ist der Raptor? Na, du dummer Ich seh's Ich seh's Ich seh's Ich seh's Ich seh's Er lebt noch Der Raptor lebt noch Hä Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hä Gerade eben hab ich noch gesehen Der ist hinter uns Äh Komm mit, komm mit Aber ich glaub, da geht's runter Da will ich eigentlich dann lieber nicht hin Guck mal, wie der da rumrennt Gehen Raptor, Alter Was macht der? Keine Ahnung Ja, hallo? Der interessiert sich gar nicht für uns Hier ist noch einer Hier nix Hallo? Hier nix Der auch mehr Raptor So, Bruder Na ja, was war's Warte Ich bekomm nicht mal mit, wer mich gilt Du meinst, angreift Ja, genau Hier Ah ne, der rennt weg Und dann rennt die dem hinterher Ja, ne Da ist ne Dampfwalze Dampfwalze angreifen Oder weiter? Willst du alles niedermachen? Gerne Ja, auf jeden Fall Alter 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 Wie viel Schaden Mach da nicht mal Tildermann Ja, die ist nicht drauf Oh Gott Jetzt So, die nächste Dampfwalze Gut, der vergift dich Komm wieder mal Ja, ich auch Na ganz ruhig, Mann Ich verstecke mich unter Balou Okay Ah, das war nicht schlecht Aussicht ist auch cool Ja, auf jeden Fall Wollen wir gleich zu dem großen Gebäude weiter? Wenn wir einmal hier in der Nähe sind Wo? Ist der da oben, oder was? Jo Na gut Sollen wir hinrennen? Ich dachte an das da Den Turm da Warte, wir gucken beide auf jeden Fall in die andere Richtung Lauf mal vor, dann weiß ich wohin Okay Also Leute Falls so einer von euch einen Server kennt Der einen guten Ping hat Und nicht immer neu gestartet wird Oder so Und wo der Level Cap auch Hoch ist Dann Sagt uns Bescheid Dass wir nicht jedes Mal einen neuen Server suchen müssen Also dafür, dass Ähm Früher immer Voll viele T-Rex Unterwegs waren Da sind gar keine mehr Oh mein Gott, da ist ein Fluch wie Aber was für einer, Alter Das ist doch den, den du gesehen hast Ja genau Alter, wie ist ein Flugvieh will ich Töten? Töten, ja Töten Äh Da ist ein Vogelfieh So ein anderes Da sind Raptoren Gott, okay Jetzt geht VTH-2 Muss auf jeden Fall bei Mathilda bleiben Ich bin betäubt Ich bin gleich tot Ich bin tot Äh Das war ein Hinterhalt Fuck Okay, ich glaube Äh Nimm Candy mit Nimm irgendwas mit Und reite gleich wieder rein Verdammt Immer das gleiche Wenn wir Gassi gehen Ja Nimm fette Stück Scheiße Obwohl Mathilda Erkennt die schneller Haben wir noch so ein paar Oder so Oder nur die Nee Natascha ist doch gestorben Ah, okay Dann nehme ich Fette Stück Scheiße Nimm du Dings Endlich Weißt du in welche Richtung wir müssen Wenn ich Äh Ja, ich glaube hier irgendwo In die Richtung Auf der anderen Seite waren wir glaube ich Ich sehe nichts Keinen grünen Strahl Du Nee Scheiße Heinrich wurde gekillt Okay Oh mein arme Heinrich Fussi wurde gekillt Von einem Terizino Achso Von dem Vogelfieh Alter, eigentlich dachte ich Unser Vogelfieh Amanda ist auch tot Mathilda lebt noch Und kämpft Nein Mathilda wurde gekillt Glaubst du nicht Kann Mathilda gestorben sein Ach, das waren Zwei Vogelfieh Deswegen Ja Alter, die haben die Oster Lass abhauen Ja, ich will mein Zeug Ich will eigentlich auch mein Zeug Aber Die kämpfen gerade Muss ich ausnutzen Was machst du Achso Ich wollte mein Zeug holen Lauf Ich bin um Lass mich in Ruhe, ihr Wichser Oh Oh shit Ich bin wieder tot Candy wurde auch gekillt Ja Okay, Jule Das war's, oder? Wie, das war's? Ja, alle Viecher wurden gekillt Das war eine gute Folge Eine kurze Folge, aber Verdammt, wir haben Mathilda auf dem Gewissen Ja Wir haben Fluffy auf dem Gewissen Wir haben Mathilda auf dem Gewissen Ja 20 Minuten Folge ist okay Für die letzte Folge Scheiße Okay, Leute Das war's mit dem Gassigen Alle sind gestorben Aber da wir den Server E wechseln wollten Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig Deshalb Sehen wir uns beim nächsten Mal Wenn wir den Server gewechselt haben Und ein bisschen wieder aufgebaut haben Also ich werde Nächste Folge, glaube ich, erst machen Wenn wir auch schon wieder Level 20 sind Oder so Weil den Anfang brauchen wir nicht nochmal machen Ähm Falls ihr eine Folge sehen wollt Wie wir das Haus aufbauen Wieder Dann könnt ihr das auch In die Kommentare schreiben Wenn ihr wollt Dann mach ich Also In dem Moment, wo wir das Haus dann bauen Mach ich auch ein Video Jo Haut rein Bis zum nächsten Mal